Die sechste Explorer-Node vom Dear Jane Event wurde bekannt gegeben. Und zwar befindet sie sich bei 31,2 und 83,3. Damit ist meine Prediction eigentlich komplett richtig, dass die ganzen Nodes sich gegen den Uhrzeigersinn um Island befinden werden. Gestartet links unten, jetzt sind wir rechts oben am Berg. Und die Node ist direkt vor mir, also wirklich hier oben auf dem Berg. Die kann man eigentlich echt nicht verfehlen. Ich glaube, da muss ich jetzt auch nicht die Umgebung zeigen. Wir nehmen einmal wieder einen Characterskin, und zwar Henry Townsend. Townsend? Oh Gott, mein Englisch ist so gruselig. Egal. So, hinter mir seht ihr dann den Quetz. Das ist einmal ein neuer Skin. Ein Döödy Kyrus, wobei der halt sehr unspektakulär wirkt, finde ich. Also, er ist halt einfach nur weiß. Das ist tatsächlich so einer der wenigen Skins, die ich echt gar nicht feiere. Hier können wir ganz kurz hier noch rumlaufen. Von der anderen Seite mal angucken. Ja. Ja, okay. Auch der Quetzkin wirkt jetzt irgendwie nicht so spektakulär, finde ich. Können ja gleich nochmal ganz fix fliegen, wie es aussieht. Beim Ankylo, der ist schon ein bisschen besser. Hat wenigstens ein bisschen Farbe bekommen. Das ist okay. Ich meine, es ist ein Ankylo, so. Was willst du da groß rausholen? Viel ist da nicht. Quetz würde mich halt nochmal fix interessieren, wenn wir damit fliegen. Ja. Ja. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von den Skins haltet. Ich finde sie diesmal nicht so geil, ehrlich gesagt. Aber das ist ja persönlicher Geschmack. Das war's von meiner Seite aus. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Finch. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017